Musik Ja, meine Damen und Herren, heute hier in Frankfurt die Weltpremiere unseres Continental V8S. Mit dem V8S haben wir unser Erfolgsmodell, den Continental V8, nochmals deutlich geschärft. Der V8S ist für unsere V8-Kunden, die mehr wollen. Mehr Power, mehr Drehmoment, mehr Endgeschwindigkeit und mehr Agilität. Das Fahrzeug ist in der Lage, innerhalb von 4,5 Sekunden auf 100 zu beschleunigen und hat eine Topspeed von 309. Der aufgeladene V8-Motor liefert 528 PS und 680 Newtonmeter Drehmoment bereits bei 1700 Umdrehungen pro Minute. Das neue Sportfahrwerk legt das Auto 10 Millimeter tiefer und mit der eigens für das Fahrzeug abgestimmten Federdämpferkennung kann es noch agiler bewegt werden. Das Exterieur des Fahrzeugs wird bestimmt durch schwarze Anbauteile, markante schwarze Anbauteile, den Frontsplitter, den Seitenschweller und den Heckdiffusor, aber auch durch das neue Rad, was Sie hier sehen. Ja und im Interieur finden Sie genau das, was Sie von einem Bentley erwarten. Sie finden perfekt verarbeitete, edle Materialien. Allerdings hier in einem komplett neuen Farbsplit. Und ich möchte Sie alle herzlich einladen zu uns auf den Messestand morgen, denn dort können Sie neben dem Coupé auch das Cabrio bewundern. Und wir sind gerne mit Ihnen in einem Gespräch bereit, durch die Details zu gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.